Kann ich den? Obwohl, ich kann den nicht darunter. Also hier ist ne Ding, ist das nur nicht hier. Ach komm. Mach mir das mal. Um es anzugucken. Ich sehe Wasser. Ja, beziehungsweise das ist, glaube ich, nur für die Statuen wichtig. Die vier Stück da. Aber Leute, hat keine Ahnung, was er jetzt mit diesen Informationen anfangen soll. Was schauen wir, Leute? Das ist heute noch wichtig. Ja, glaube mir. Nein, glaube mir nicht. Oh, lolololo, Lobo. Waren das nicht sogar auch seltene Gegner? Die Lobos? Großes Hündchen. Okay, okay. No waiting for this. Ha, ha, ha. Heavy Tigerblade. Ha, ha, ha. Angel Feathers. Angel Feathers. Victory Light Spear. Ähm. Wie wär's, wenn du mal andere Attacke lernst? Die du auch lernen sollst. Oh Holy One, cast thy purifying light upon these co-opped souls. Was macht er da für ne Attacke? Mit seinem komischen Wirbeleis. Ha, 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 ha. Heavy Tigerblade. Ready for this? Geh weg, kleines Hündchen. Geh weg. Ein magisches Auge. Ja, und bei Colette klappt das perfekt mit dem Obstsalat. Wenn wir den See gefrieren, können wir bestimmt zur anderen Seite laufen. Beziehungsweise auf dem Eis schlittern. Vielleicht kann die Kälte der Celsiusträne diesen See zum Eis gefrieren. Check, nicht Wörter lesen, die da nicht stehen. Hey, klasse. Hat genau wie geplant funktioniert. Jetzt können wir auf die andere Seite. Ja. Rutschrätsel. Aber hier rutschen wir merkwürdigerweise noch nicht. Sondern erst wenn wir hier. Das ist so seltsam. Ähm. Kennst du überhaupt noch den Weg, Juggerne? Vielleicht? Keine Ahnung. Rosmarin. Treffsicherheit. Keine Ahnung. Gebe ich mir einfach. Weil ich egoistisch bin. Muss ich jetzt in die Mitte oder unten? Geben wir mal hier lang. Tü, 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 tü. Tü, 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 tü. Das ist die nächste Truhe und glaube ich auch die letzte. Er法ungslevel 3, Gäme. Da unten schicken. Kommst in deinen eigenen Notizen nicht zurecht. Lalalala. Was steht denn hier geschrieben? Die Antwort liegt im Blickwinkel? Das muss ein Hinweis zur Öffnung der Tür sein. Und was soll das für ein Blickwinkel sein? Oh, keine Ahnung. Habt ihr denn irgendwelche komischen Ideen? Ja. Vier Statuen aus Eis. Die wir drehen können. Und hier unten hatten wir vier Statuen aus Stein halt. Bevor wir das Rätsel lösen... Bevor wir das Rätsel lösen... Kann ich überhaupt wieder nochmal raus? Ja. Gehen wir gerade mal kurz raus und speichern. Wann es hier drinnen, wenn kein Speicherpunkt geht? Ich möchte nicht nochmal die ganzen Truhen einsammeln. Aha, ausgewichen. So, speichern... Muss ich zwar nochmal rutschen, aber hey. Wird schon schief gehen. Wie auch immer auf die Idee kam, hier keinen Speicherpunkt hin zu pflanzen. Ich werde nicht gegen dich kämpfen. Ja, und deswegen kann man auch hier... Falls man sich Eis geholt hat... Ich mach das einfach ohne. Man kann ja auch einfach immer so Dings runterrutschen, um zu gucken, wie die vier Statuen hier ausgerichtet sind. Bin ich jetzt noch da gerutscht? Ja. Ding, ding. Es ist ein weiter Weg. So, ihr beiden unteren... Wart in der Richtung, falls ich aufgepasst habe. Was? Chicken passt doch nicht auf. Und so... Müsst es, glaube ich, unten gewesen sein. Ja. Ding, 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 ding. Hat man auch schon am Sound gehört. Tschüss, Zellos. Tschüss. Voll gemein. Wollen wir mal wiedersehen. Obwohl. Soll ich Chinas reinholen? Falls ich mich richtig erinnere. Machen wir mal mit Chinas. Großer Fehler, Chicken. Ich wollte gerade sagen, werde ich jetzt in den Dingskampf geschmissen, aber nein. Dann vergessen wir es einfach. Hat hier jemand die Heizung ausgestellt? Du, der hat das Recht des Paktes. Ich bin Celsius. Ein, der mit dem Mythos ist, der Herrscher. Ich suche ein Paktes mit Celsius. Ich sage, dass du dein Paktes mit Mythos anbietest und eine neue Paktes mit mir. Du suche ein Paktes mit mir? Und sie hat ein Hündchen dabei. Hey, Zellos. So, habe ich mich jetzt richtig erinnert? Und hast du eine Feuerschwäche? Fenrir. Feuer. Wo hätte ich auch... Colette! Ja, mit Parable. Aber hey, ist das schon am Dingserkasten. Hm, dann nehmen wir die mal alles weg, was nicht Feuer oder Elektro ist. Chicken Blitz heißt das. Feuer, Blitz. Wo ist das eigentlich auch mit Blitz bei? Aber da oben steht nur Erde als Element. Habe ich das schon für ihn raus? Ach komm, ja, machen wir mal. Ähm. Dann nehmen wir am besten... Obwohl, habe ich ein... Feuer und Blitz. Thunder Arrow. Sparkwave, ja! Das ist kleines Hündchen. Wow. Wie sie Biestkern. Warum hast du so viel Schaden genommen? Alter. Ich glaube, ich hätte doch lieber Colette reingeholt. Das ist einfach toll. Haha. Ähm. Was ist das? Das bedeutet, ich werde dich nehmen! Wobei, das ist eigentlich perfekt. Mir fehlt immer noch ein Titel, wo ich Rayn in einem Kampf fünfmal sterben lassen muss. Oh, Fenrir ist schon weg. Wasser des Lebens. Willst du sie vielleicht weiter töten? Wieso wird sie eigentlich unterbrochen? Sie hat doch Konzentrator. Versteh ich's grad nicht. Obwohl, China ist gleich overlandet. Ich muss Celsius vor allem noch scannen. Äh, Celsius, magisches Auge. Ach, sie hat auch Feuerspräche. Okay, sie liegt nur am Boden, sie ist nicht tot. Oh, sie hat eigentlich noch genügend KP. Oh, ich bin auch nicht overlimit. Na los, China, geh auch noch overlimit! Was hast du gelernt? Ach, was? Aber das waren allerdings Eisattacke, wie ich vorhin gesehen... Ah, ne Wind, okay. Na gut, aber das ist auch mit Wasser Element. 4.000... 4.000... Äh... Ich könnte ja mal... ... earth Wartet euch doch mal alle zurück! Sie se- Ähm, das hab ich nicht... Ups, ich hab... nicht die Beschwörung. Summon Chicken, Summon... Earth... Hier läuft grad alles schief! Kann jemand von euch mal ein Genus wiederbeleben? Äh... Ja, Rain hab ich auch... Rain ist grad am Casten. Leute, mach du mal. Maschine... Das Wasser des Lebens... Wasser, Wasser, Wasser... Brauche ich Wasser des Lebens! Ich seh's grad nicht. Bin ich... da! Wunderschön! Ja, nicht? Und Regal erhält Heaven's Charge. Wunderschön! Wunderschön! Ich hab meine Power well. Definitiv! Ich hab mich auf das... Wunderschön! Ich hab die Windminder... Wunderschön! Wunderschön!